Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine kleine Maske, die auch gemessen sind, dass sie sich seit 20 Sekunden draußen bleiben. Und ich bin da auch so, dass sie sich nur mit dem Mail ist. Ich habe da jetzt einen Zentral-Ausbieter von so einem Ort nachgehe, da kommt ein bisschen da unten drauf. Und dann kommt auch noch so, wo heißt die Flügel, Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018